Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im LS22 auf der wunderschönen Deutschland-Map. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. In der letzten Folge haben wir bisher die Felder und Wiesen gekalkt. Vielen lieben Dank für die ganzen Däumchen und auch für die ganzen Kommentare. Ich bringe jetzt mal kurz hier das Fahrzeug. Ich hoffe, ich passe hier oben. Einmal kurz durch die Halle. Also war echt eng, ne? Aber wir kriegen es irgendwie hin und dann werden wir heute so eine kleine Verladefolge machen. Ich habe auch schon ein bisschen was vorbereitet. Das heißt, ich habe schon ein bisschen Saatgut und Mineraldünger gekauft. Und das werden wir dann, ja, auf jeden Fall gleich verladen. Da werde ich dann einmal hier den jeweiligen New Holland einmal abstellen. Den werde ich auch nutzen. Das heißt, wir müssen einmal den Kalkstreuer dementsprechend abmachen. So. Und dann holen wir uns gleich dann diesen Fliegelauflieger. Alle Mods wie immer in der Videobeschreibung. Und dann fahren wir mal kurz rüber hier. Koppeln den mal an. Wir müssen den natürlich noch abladen. Das heißt, wir müssten noch die Silageballen wegfahren. Beziehungsweise oben ins Lager packen. Die gären natürlich weiter. Und dann holen wir die Sachen ab. Wir werden auch noch die Big Bags, die hier so ein bisschen an der Seite rumliegen, wo ich beim letzten Mal ein wenig, wie immer, versagt habe, dann auch noch soweit ready machen. So, wir fahren erst mal rückwärts ran hier. Koppeln das Ganze schon mal. Und dann werden wir uns in den Money Tube geben. Und werden mit denen dann den ganzen Spaß mal eben kurz oben ins Lager packen. Dann werden wir die Big Bags von dem einen Feld runterholen. Und werden dann einmal zum Händler fahren. Und dann die anderen, ja, jeweiligen Güter, die wir noch brauchen, zu holen. So, dann machen wir das einmal zu hier. Zack. Dann können wir das schon mal drankoppeln. Haben wir schon mal ready. Dann machen wir mal hier die Spanngurte schon mal los. Und dann werden wir jetzt gleich die Ballen ein bisschen verladen. So, wo ist er? Da ist der Money Tube. Da müssen wir die Gabel einmal tauschen. Wir starten das Gerät mal. Und dann werden wir mal gucken, dass wir uns mal die Göweil-Ballenzange holen. Die brauchen wir dafür. Klar, ich könnte jetzt ja auch mit den jeweiligen, wie ist das, mit dem Ballenspieß das machen. Aber das passt ja soweit nicht, ne? Das wäre jetzt nicht korrekt. Und deswegen machen wir es auch nicht. Ich packe das mal kurz hier beiseite. Weil wir werden ja irgendwann auch nochmal die Ballen wieder hochbefördern müssen. Dann machen wir das einmal ab. So, und dann nehmen wir... Ach, guck mal, da vorne liegt sie schon. Da vorne liegt sie schon einmal hier die Ballenzange, ne? Klar, man will natürlich nicht die Folie beschädigen. Und deswegen braucht man das Ganze, ne? So, wir drehen uns mal kurz rum hier. Fahr mal kurz rückwärts raus. Sehr schön. So, dann machen wir den ganzen Spaß mal auf hier. Sieht gut aus. Und dann heben wir den ganzen Spaß mal kurz rein. Fahren da kurz rüber. Verladen die ganzen Sachen. Und dann werde ich die Big Bags da auf jeden Fall auch noch wegfahren. Weil die stören halt einfach. Die stehen ein bisschen im Weg. War natürlich so nicht geplant. Filiallieferung, weil der eine auch noch wieder gefragt hatte. Heißt die Mod. Und da kann man sich Sachen direkt quasi, ja, zum Laden liefern lassen, ne? Also zu dem Bestimmungsort, wo man das vorher festgelegt hatte, ne? Oh, warte. Dann müssen wir nochmal ein bisschen weiter aufmachen, ne? Geht da noch weiter auf? Ach, guck mal. Herrlich. So, da sehen wir natürlich nichts. Und mal, wo wir da oben rankommen. Das sieht schon mal ganz gut aus. So, schön Verlademann und Söhne, ne? Schön sachte zurück. Ah, geht das? Jo, geht. Ja, jetzt muss der ganze Spaß dann hoch. Ah, müssen wir den Arm wieder ausfahren. Das mache ich schon mal eben. Ich hoffe, der Schwerpunkt ist nicht zu hoch. Ja, und dann packen wir die da oben rein, ne? Ab... Oh, oh, oh. Der Schwerpunkt ist aber ganz gefährlich. Also mit zwei Ballen würde ich es nicht unbedingt machen mit dem kleinen Manitou. Wenn wir doch dann irgendwann den größeren nehmen sollen, ne? So, der müsste jetzt weg sein. Dann fahren wir mal zurück. Gucken mal. Mal den Arm mal runterziehen. Ja, weg ist er. Holen wir den da auch direkt wieder rein. Und dann können wir den, die nächsten Ball noch verladen. Die gern übrigens weiter, weil hier das Standardscript von Giants verwendet wurde. Das ist ja dann dementsprechend mit eingebaut worden. Das heißt, es ist kein Problem. Kann man ohne weiteres machen, ne? So, jetzt fangen wir mal ein bisschen mit Dingen aus hier. So, einmal zugreifen. Haben wir den Ball? Jo, das sieht gut aus. Dann einmal wieder zurück. Oder geht das Ganze wieder ab nach oben? Ich ändere mal so ein bisschen die Kameraperspektive, damit man das ein bisschen besser sieht. Ja, und dann können wir direkt hier den Arm oben ausfahren. Und da kommt das oben rein. So, die nächsten Schritte wären quasi, ähm, dass wir heute in der Folge den ganzen, die ganzen Sachen ein wenig verladen. Das Ganze einlagern, damit wir auch alles so ein bisschen bei uns hier am Hof haben. Das ist auch wichtig. Da brauchen wir nicht immer bis zum Dorf fahren. Ne? Wobei das auch recht schön ist, dahin zu fahren. Finde ich zumindest. Und, äh, dann können wir den ganzen, die ganzen Dinge dann wie Aussaat und so weiter dann ohne weiteres und über kurze Wege dann natürlich auch, äh, lösen, ne? So, mal kurz die Außenperspektive. Die können wir auch mal kurz nehmen. Ist zwar von der Haptik her immer ein bisschen schwierig, von der Innenansicht zu fahren. Da gibt es auch diverse Anzeigen, aber, ah, hier, hier ist schon, hier, hier ist schon wieder ganz wild. Ja, natürlich fällt dieser Ballen jetzt runter und jetzt komme ich hier nicht mehr dran. Super. Läuft. So, den können wir mal direkt aufnehmen. Wäre, wäre ja auch zu einfach gewesen, ne? Wenn das jetzt direkt geklappt hätte, ne? Reicht das? Boah, das müsste reichen. Man muss sie halt ein bisschen, äh, besser und vorteilhafter verladen, ne? Das ist natürlich nicht verkehrt. Und viele fragen, nutze ich einen Joystick? Ja, ich nutze den FarmSim-Stick. Und hab aktuell noch das Logitech-Lenkrad. Ähm, das geht nur 123, aber das wird bald ersetzt. Da hab ich nämlich, äh, die Tage Post bekommen von Mosa. Grüße gehen by the way raus. Und zwar hab ich das Truck-Symbil, äh, bekommen. Ist ein bisschen groß. Ich muss mal gucken, ob ich mich damit arrangieren kann. Für ETS und ATS und auch für Bus-Simulator auf jeden Fall geil. Aber ich glaube, für LS ist er ein bisschen groß. Ich werd's mal testen. Werden wir auch vielleicht schon mal im Stream gemacht haben. Und, äh, dann werd ich euch mal berichten, wie das Ganze denn soweit funktioniert, ne? Und ob das Sinn macht und so weiter. Aber da kommt, äh, auf jeden Fall noch ein Vorstellungsvideo dazu, äh, ich denke mal in der kommenden Woche. Weil diese Woche ist ein bisschen voll, was Videos angeht. Und, ähm, da stelle ich euch das Ganze auch nochmal dementsprechend vor, ne? Zack, einmal runter hier. Da kommt der jeweilige andere Ball auch noch hoch. Das dauert natürlich ein bisschen, ne? Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Und in der nächsten Folge geht's dann wieder, hup, ran an der Arbeit. Nehmen wir mal wieder in Perspektive. Ah, guck mal, das kann man dann teilweise besser erkennen, ne? Gucken wir mal so ein bisschen auf die Position des Armes an. So, haben wir den. Hier, wo haben wir? Einmal zurück. Und dann gucken wir mal kurz so ein bisschen nach oben hier. Und dann können wir den direkt wieder ausfahren. Bei Kurvenfahrten halt nicht ausfahren, ne? Schwierig. Und schön, sachte und langsam. Weil ansonsten macht's einmal Kladauz und dann liegen wir da, ne? Und haben nichts gewonnen, ne? Ihr seht auch, die Träger nehmen das. Wir können das natürlich wieder auslagern. Ähm, und können das dann jeweils auch wieder nutzen, ne? Ich glaube, die brauchen zwei Tage, wenn ich mich recht erinnere. Also zwei komplette Tage, bis die gegoren sind. Und dann können wir die dann nutzen für Mischfutter. Ähm, Heu müssen wir auch noch machen. Da haben wir noch zwei Wiesen. Vielleicht werden wir auch noch eine größere Wiese pachten. Ich hatte ja mal in der letzten Folge so ein bisschen angeregt, vielleicht, äh, ja, hier die Hühnerzucht da so zu pachten. Oder was im Stream? Auf dem Lindenhof? Ich weiß nicht mehr. Ähm, da müssen wir echt mal gucken, ob wir da letztendlich dann vielleicht nochmal eine Wiese dazu pachten. Weil wir brauchen schon recht viel für die Tiere hier. Und, äh, die brauchen natürlich auch ordentlich Mischrationen, ne? Wobei das am Anfang erstmal ein bisschen heuer ausreicht. Müssen wir mal ein bisschen beobachten. Und dann schauen wir da weiter, inwieweit das dann auch hilft. Oder inwieweit wir da noch mehr brauchen. Wir haben ja auch noch hier bei uns am Hof hier so ein kleines Keilsilo. Da muss ja auch nochmal Silage rein. Das werden wir irgendwann auch nochmal bedienen. Aber alles so ein bisschen, äh, ja, wie sagt man immer? Nach und nach, ne? Denn gut Ding braucht Weile. Zack. Einmal ran hier. Und dann geht er wieder da oben rein. Ihr seht, das läuft recht gut. Ihr braucht halt einen relativ langen Arm. Die Durchhängepartie mit dem Vario, die wir da hatten, die war irgendwie eher suboptimal, ne? Die war eher nicht so gut. Aber man lernt ja aus Fehlern, ne? Manchmal mehr, manchmal weniger. Und, äh, zack, weg ist er. So, da kommen die anderen auch noch rein. Ich würde sagen, die Big Bags mache ich dann, äh, glaube ich, später oder zu Beginn der nächsten Folge, weil ansonsten sind wir nur am Verladen. Aber es gehört halt auch dazu am Hof, ne? Da sind halt auch verschiedene Dinge, die halt auch täglich gemacht werden, ne? Ballen verladen oder Ballen aufladen und, und, und. Jetzt kommen wir hier wieder nicht rein, weil die ein bisschen ungünstig liegen hier, ne? Ach, guck mal, da können wir ein bisschen spreizen. Da können wir den jetzt mitnehmen. Tipptopp. Aber Ballen verladen und einlagern und auslagern und Sachen von A nach B bringen gehört natürlich auch zum ganz normalen Tag auf dem Hof, ne? Der eine oder andere wird's halt wissen oder macht's halt auch dann. Und ich dachte, wir machen einfach mal eine entspannte Folge und verladen mal ein bisschen. Heute scheint auch fast alles zu klappen. Ah, und den Tag nicht vor dem Abendloben, ne? Noch sind wir nicht so weit. Doch, äh, kann viel passieren. So, wir haben ein bisschen runter. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den hier vielleicht auch nochmal wegbekommen. Hier an der Seite. So, zack. Einmal ran hier. Und rückwärtsgang wieder rein. Vorwärtsgang und dann sind wir auch gleich schon fertig. Das waren doch einige Ballen, ne? Äh, ich glaub, die Presse ändern wir irgendwann auch nochmal vielleicht in so eine Kombi-Presse. Das hab ich zumindest auf dem Lindenhof-Projekt, was ja immer äh, sonntags, äh, definitiv jeden Sonntag ist. Immer so ab 19 Uhr live auf Twitch. Schaut da gerne mal vorbei. Ähm, und, äh, vielleicht in dieser Woche sogar noch am Samstag. Aber das weiß ich noch nicht, ne? Da mach ich immer spontan Samstags was, wir streamen. Ähm, es sei denn, wir fahren gerade mal wieder ein Rennen in ACC. Also in der Set-Up-Corsa-Kompetition, ne? So, ich zieh ihn mal kurz ein bisschen rum hier. Guck mal, jetzt haben wir noch taktisch gut gelöst. Jetzt können wir nämlich schön ranfahren hier. Können den aufnehmen. Wupp. Und dann haben wir den auch gleich weg. Ach, guck mal, den einen hat er auch noch richtig schön weggezogen, sodass wir den auch noch verladen können. Und dann geht's dann gleich Richtung Hof beziehungsweise Richtung, ähm, Richtung Händler. Und dann wieder zurück auf den Hof. Und da werden wir dann die ganzen Sachen so ein bisschen einlagern. Das Gute ist, je mehr Sachen, Paletten, Produktionsdinge, Ballen und so weiter ihr von der Map wegpackt, desto besser ist die Performance, ne? Das heißt, wenn ihr beispielsweise einen PC habt, der jetzt nicht so leistungsstark ist, je mehr Objekte und Fahrzeuge ihr auf der Map habt, desto schwieriger wird's bei dem einen oder anderen. Ähm, das ist natürlich auch von der Hardware so ein bisschen abhängig. Und gerade so Ballen und sowas, äh, sorgt auf jeden Fall für ordentlich Performance. Und deswegen, wenn ihr so ein Ballenlager habt, egal jetzt auf welcher Map, ne? Hier auf der Deutschland-Map habt ihr sie ja. Oder eben halt auch auf anderen Maps. Da gibt's auch so platzierbare Ballenlager, die man nutzen kann. Ähm, kann ich jedem empfehlen. Denn was einmal weg ist, wird nicht mehr dargestellt. Und, äh, ja, muss auch nicht berechnet werden, ne? Das heißt, weniger Last auf eurem PC, Waffe-Karte, etc. Und das sorgt dafür, dass ihr ein flüssigeres, äh, Spielerlebnis habt, ne? Was, äh, für den Spielspaß auf jeden Fall enorm wichtig ist. Finde ich zumindest, ne? So, warte mal. Jetzt machen wir mal den hier noch ein bisschen ausfahren. Zack. So, letzten Ballen haben wir auch. Dann haben wir einmal abgeladen hier. Und dann können wir jetzt gleich zum jeweiligen Händler fahren. und dann noch die anderen Sachen machen. Ich weiß nicht, ob man die Big Bags hier auch einlagern kann. Das, äh, werden wir, glaube ich, zu Beginn der nächsten Folge mal testen. Da werde ich noch mal einen übrig lassen. Und, äh, dann schauen wir mal, ob es funktioniert hat. So, der Ballen ist auch weg. Das heißt, wir können erstmal in den Arm reinfahren. Legen das Ganze hier mal so wieder so ein bisschen ab. Und wechseln mal das Fahrzeug, ne? So, tipptopp. Verlademann und Söhne, Auftrag hat funktioniert. Machen wir mal die Tür auf hier. Und dann, äh, starten wir schon mal unser Vehikel. So, mit der Taste X. Ich habe die Mandeln und Entstützfüße drin. Äh, klappt mal das aus. Und dann fahren wir jetzt erstmal hier zum jeweiligen Händler runter. Einmal wieder quer durch die schöne historische Altstadt und die schöne Gegend hier auf der Deutschland-Map. Ist ja wirklich wunderbar, ne? So wie das Ganze hier aussieht. Also mir macht das immer sehr, sehr viel Spaß. Und, ähm, auch das Hin- und Herfahren. Ja, ne, klar. Ähm, hier haben wir jetzt die Big Bags. Die müssen wir nochmal wegräumen. Und, ähm, aber es ist halt wirklich eine schöne, schöne Landschaft, die wir hier haben. Und da können wir jede Menge, ja, sehen, erkunden. Es gibt natürlich auch die Wappen, die wir hier suchen können. Ne? Das bringt nochmal ein bisschen ordentlich Tata. Das haben wir ja auch schon mal in der einen oder anderen Folge gemacht. Und ich bin echt am überlegen, welche, welche Wiese ich mir kaufen soll. Beziehungsweise nicht kaufen, sondern pachten vielleicht. Ich würde erstmal alles soweit fertig machen. Da gucke ich mal, wie lange ich gebraucht habe, weil aussehen müssen wir ja auch wieder. Und dann würde ich dann spontan entscheiden, vielleicht im nächsten Monat, dass wir uns vielleicht eine Wiese quasi pachten. Wobei, warte mal, wir schauen mal eben kurz. Wir könnten, glaube ich, die große hier nehmen. Die würde sich ja richtig lohnen. Oder hier was, äh, hier in der Nähe, ne? Guck mal, die wäre nicht schlecht. Oder hier unten direkt in der Hofnähe. Guck mal. Ah, guck, guck dir das mal an. Der Ertrag hier, wie gut der auch ist. Die könnten wir echt pachten. Vielleicht die hier. Die wäre, glaube ich, ganz, ganz nice. Müssen wir uns nochmal angucken. Vielleicht habt ihr auch einen Tipp, welche Wiese wir nehmen sollen. Ist ja immer dann so ein bisschen eine Geldfrage. Am Anfang finde ich immer, hat man jede Menge Investments, die man tätigen muss. Man muss sehr viel Geld ausgeben, dies, das. Und bis das Ganze erstmal läuft. Wir müssen ja auch erstmal gucken, dass unsere Tiere, die haben wir auch noch nicht, ähm, zu unserem Hof dann kommen. Und sobald die dann bei uns am Hof sind, ja, vermehren die sich ja dann. Da gibt es eine Reproduktionsrate. Dann werden wir die Rinder verkaufen, weil Milch gibt es ja nicht bei uns. Und, äh, ja, das ist natürlich, äh, nicht so ganz ohne. Und unsere Schafe, die vermehren sich natürlich auch. Die produzieren Wolle, die können wir verkaufen. Und damit verdienen wir dann unser Geld. Ja, natürlich auch ein paar Erzeugnissen, die wir vielleicht anbauen. Dann müssen wir auch nochmal gucken, dass wir das dann vielleicht nach und nach auf jeden Fall auch nochmal mit reinnehmen. Eier haben wir noch, durch die Hühner. Und Schweine wäre dann erstmal das Letzte auf der Liste, was wir dann jetzt, äh, mit zunehmen würden, ne? Weil, die brauchen halt recht viel. Ich glaube, die brauchen Mais, Soja, und so ein Spaß. Ich spiele auch ohne Mais Plus. Ne, es wäre von den Basics her möglich, hier auf der Map zu spielen. Aber so ein großer Realismusfreund bin ich jetzt nicht. Ich habe es schon mal auf der Hof Bergmann versucht. War jetzt nicht so meins. und deswegen hatte ich die Mord dann wieder deinstalliert, ne? Aber das muss natürlich jeder mal für sich selber wissen, ob ihm das gefällt, ob ihm das nicht gefällt, ob ihm das passt. Und, ich finde, da man halt die Wahl hat, ne, sollte man immer das machen, worauf man am meisten muss, ne? das ist auf jeden Fall eine gute, gute Sache. So, wir sind angekommen beim Hof und zwar habe ich hier, das hatte ich, glaube ich, schon zu Beginn der letzten Folge mal erzählt, hier eine Junghainreich gekauft, ne? Das Geld habe ich mir gut geschrieben, weil man kann ja beim Händler in der Regel, kann man ja dort auch Geräte nutzen, mieten, wie auch immer. Ich hätte mir jetzt auch mieten können, aber ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass wir den jetzt einfach gekauft haben. Ich habe das Geld wieder gut geschrieben, damit ich hier nicht immer mit den ganzen Gerätschaften hin und her fahren muss, dann wieder mit dem kleinen Fan wieder hier hin, dann wieder aufladen. Deswegen ist das, glaube ich, eine gute Lösung und schreibt mir auch mal auch, wie ihr das immer macht beim Händler, ne? Fahrt ihr da wirklich mit dem Frontlader hin, ladet alles auf oder habt ihr auch hier so einen kleinen Junghainrich oder einen Telelader, Frontlader, whatever, einfach da stehen, um die Sachen ready zu machen. So, wir haben jetzt hier, haben wir einmal verschiedenes Saatgut. Ich habe die Realistic Cedar Mod, die müsste auch in der Modliste mit drin sein, wenn nicht, schaut mal auf der LSFM Seite nach oder gebt mir da aber kurz einen Ping in die Kommentare, dass ich dort die Mod noch verlinke. Das heißt, ich habe für jedes, ja, für jedes, für jedes Saat habe ich separates Saatgut, ne? Hier haben wir zum Beispiel Gerste, dann habe ich Sojabohnen mit dazu genommen und ein bisschen Mineraldünger. Das reicht mir erstmal für den Anfang. Wir können das ja immer noch erweitern. Und das finde ich auf jeden Fall schon mal so, ja, recht schick und recht gut. So, wir fahren mal los hier mit unserem Elektromoped und dann werden wir den ganzen Kram jetzt hier mal verladen und das dann auch in, natürlich in unsere, ja, sagen wir mal, in unser Lager packen, ne? So, schauen wir mal, passt das? Von der Breite her müsste eigentlich passen. Jupp, das geht gut. So, jetzt machen wir einmal hier Doppelte und dann können wir die dann auch direkt verladen. Ich finde da die Außenperspektive für mich persönlich immer besser. Ne, ich habe zwar, ähm, auch für mich ein, äh, Headtracking, aber ich nutze das so selten, weil ich das einfach ein bisschen unruhig finde. Also für mich persönlich jetzt, ne? Für mich ist es nix, ich habe es getestet und, äh, ich fand das jetzt nicht so pralle, deswegen mache ich das meistens von der Außenansicht, da kann man das am besten sehen. Es gibt ja auch eine Kameramod, ich weiß gar nicht, ob man die hier auch dazuschalten kann, aber ich glaube, bei dem Gerät war es nicht der Fall. Ähm, dass man das noch zukonfiguriert, wäre halt auch eine Möglichkeit, aber so komme ich auch schon relativ gut mit klar, wie ihr seht und, ähm, das passt schon, ne? So, jetzt können wir den erstmal doppelt machen hier. Ah, ist ja schief drauf, wollen wir mal kurz gucken, ein Stück zu, ah, der ist richtig schief, okay. Da müssen wir mal gucken. Habe ich, glaube ich, auch schief aufgenommen, ne? Vorwärtsgang, meine Damen und Herren. So. Können wir das schon mal verladen? Sehr gut. Und die, und die Paletten gehen auf jeden Fall auch, äh, in die Lager rein, ne? Einmal beim Schafstatt, da kommt gerade der Zug vorbei hier und einmal auch, äh, über das Lager, wo wir vorhin waren, wo wir diese Lagerballen quasi drauf gepackt haben, ne? So. Ich würde sagen, wir packen das mal direkt mittig, dann haben wir direkt in der Mitte auf der Achse ein bisschen was. Kann man natürlich immer noch ein bisschen weiter nach hinten runterschieben. mache ich immer so, zack, ein bisschen ran und dann schieben wir es ein bisschen mittig, ne? In der Realität würde man es wahrscheinlich nicht so stapeln, wie ich es jetzt mache, aber ich bin ja auch nicht Gabelstapler Klaus und kenne mich da jetzt aus. Wir müssen die Ware ja nur von A nach B bringen, ne? Das reicht da. Guck mal, hier steht die Palette auch nicht ganz, ganz gerade drauf. Können wir eigentlich nochmal korrigieren, aber muss ja jetzt auch nicht sein, da kommen gleich Zugute drum und dann haben wir uns eine Schuldigkeit getan, ne? Dann passt das soweit. So. Ah, seht ihr? Das war das Problem, müssen wir ein Stück weiter rüber. Und der hat auch eine richtig coole Zusatzfunktion, dass man das hier nach links und rechts so ein bisschen drehen kann, ne? In der Hinsicht bringt uns das nichts, weil wir hier weiter rüber müssen. So, einmal abladen. Jetzt wollen wir mal ein Stück zurück, dann schieben wir die auch nochmal ein bisschen drauf. So, jetzt haben wir noch hier die beiden, äh, Paletten mit, äh, mit Mineraldünger, ne? Was wir für unsere Drille brauchen. Und die können wir, glaube ich, komplett zu zweit gleich direkt drauf laden, ne? Ich glaube, 2-2. Das müsste, glaube ich, gehen. Der, glaube ich, von der Aufnahme vorne her, ist, glaube ich, breit genug, oder? Jo, das passt. Da kann ich direkt gleich übereinander stapeln. Das geht halt auch ganz gut. Die kommen hier hinten drauf. Ah, tipptopp. Da können wir nochmal hier ein bisschen weiter nach. Ah, oh, bei. Ne, das passt schon. Das ist okay. Dann einmal abladen. Da kommen jetzt gleich noch die letzten drauf. Die schieben wir dann nochmal ein bisschen nach vorne. Ja, Leute. Und dann geht's dann wieder zurück zum Hof. Ich werde die Sachen schon mal vorab so ein bisschen einladen, dass wir in der nächsten Folge wieder ein bisschen Action haben. Das heißt, dass wir dann da auch wieder raus auf die Felder gehen. Was wir machen, schauen wir einfach mal. Und dann würde ich sagen, Leute, soll es das erstmal für heute gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, gerne ein Däumchen anlassen. Schreibt mir gerne eure Meinung. Ja, einmal zu der Map, wie ihr diese spielt. Gerne in die Kommentare. Ich lese natürlich alle Kommentare mal durch, auch wenn ich nicht auf alle antworte. Aber ich freue mich da immer drauf. Danke fürs Einschalten, Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Dann sage ich mal bis dahin. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Bye, bye. Euer Homa.